Kennt ihr das? Euer Trust Factor ist low, euer Profil sieht aus wie scheiße, eure Gegner sagen die ganze Zeit ihr cheatet, dann holt euch doch einfach CSGO Commands, weil sie nicht nur euren Trust Factor verbessern, ihr langsamer Griefing Buns bekommt und auch noch ein viel besseres CSGO Profil damit haben könnt. Und wie ihr seht gibt es bei Boosting Services sehr viele gute Preise und auch sehr viele gute Reviews, unter anderem auch auf Trustpilot, die Seite werde ich euch auch gleich zeigen. Es gibt eigentlich kaum jemanden der damit nicht zufrieden ist, die Preise sind auch ziemlich ziemlich gut, ich kann mich nicht beschweren und wie ihr seht haben die eine sehr große Seite, wie gesagt hier auch mit Trustpilot, sehr viele Reviews. Und 4,8 Sterne von 5 ist insane gut, gerade auf Trustpilot und so weiter. Ab hier werde ich euch nur noch zeigen, wie ihr selber die Comments machen könnt, wenn ihr euch die gekauft habt, nämlich dafür müsst ihr euch die Beta Version bzw. die Legacy Version in den Betas auswählen, diese dann starten und dann in den Discord Server von Boosting Services, der natürlich direkt wenn ihr was gekauft habt, natürlich verlinkt ist. Und hier seht ihr einfach, wie ich meinen Key redeeme, dass alles sehr sehr schnell geht. Man sieht, ich habe meine Tausender Balance, dann kann ich meinen Steam Link kopieren, direkt einfügen und danach bekomme ich natürlich direkt danach den Server angezeigt, wo ich draufjoinen kann. Die IP und Passwort ist natürlich für euch in der Aufnahme zensiert worden, einfach aus dem Grund, weil es die das Probleme sonst für die geben würde oder andere Probleme von Leuten, die die Serverplätze wegnehmen. Und hier seht ihr dann direkt, wenn man angibt, dass man auf den Server gejoint ist, mit den gewissen Daten, die man da bekommen hat und das Redeemen gestartet hat, was ich direkt sehr sehr schnell Comments bekomme. Das dauerte dabei den 1000 Comments ungefähr um die 3-4 Stunden. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube ich hatte 3,5 Stunden Recording. Ich habe den ganzen Process aufgenommen und werde euch den nochmal im Schnelldurchlauf jetzt im Hintergrund zeigen. Wenn ihr euch diese schnelle Footage von den Comments sparen wollt, wie gesagt, einfach zu 3,05 skippen. Dann zeige ich euch nur noch, wie die Comments natürlich direkt auch noch in CS2 aussehen. Und ja, jetzt läuft einfach kurz ein bisschen Musik für die Leute, die nicht quitten wollen und dann halt sehen wollen, wie das so schnell durchläuft und so weiter und so fort. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß, dann bis gleich bei 3,05. Hier seht ihr dann nur noch 4,05. Wie ich schnell aus CSGO rausgequittet bin, auch vom Server runter, dann kann man natürlich direkt CS2 starten und hat natürlich seine Comments. Wer hätte es gedacht, CSGO und CS2 ist das gleiche Spiel. Natürlich auch in CS2, was ich jetzt direkt hier zeigen werde. Und wie ihr seht, habe ich mir meine 1000 Comments geholt. Das hat wie gesagt um die 4 Stunden gedauert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Service. Ist natürlich Werbung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.